Guatemala ist eines der Länder mit der höchsten Mütter- und Kindersterblichkeit auf der Erde. Im Vergleich zu Österreich mit 0,36 Prozent sterben in Guatemala 80 Mal mehr Kinder bei der Geburt. In der Maya-Kultur Guatemalas ist das Wort IOMAB das Wort für die vielen freiwilligen Hebammen. Sie machen die Arbeit aufgrund ihrer Berufung, unterhalten dafür auch keine Bezahlung und sie verlangen auch kein Geld dafür. Daher versuchen wir sie zu unterstützen und das geht am besten mit einem sogenannten Gesundheitsrucksack. Dieser Hebammenrucksack enthält verschiedene Gerätschaften, wie etwa ein Fötoskop, mit dem man den Herzschlag am besten hören kann. Weiters auch Sachen, die eine hygienische Geburt gewährleisten, wie Infektionsmaterial oder Handschuhe. Die Hebammen müssen oft viele Stunden durch weitläufige, entfernte Gegenden in der Nacht wandern. Daher ist unter den Basisgerätschaften auch eine Taschenlampe sehr wichtig, die sie bei ihrer so großartigen Arbeit unterstützt. Tausende unermüdliche Maya-Hebammen helfen in meist unwegsamsten Gebieten, Kindern das Licht der Welt erblicken zu lassen. Und 80 Prozent aller Geburten im ländlichen Raum werden von den Maya-Hebammen bewältigt. Helfen Sie helfen! Mit Kleinspenden für Verbands- und Hygienematerial oder mit der Patronanz eines Gesundheitsrucksackes. Helfen Sie helfen! 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 Untertitelung des ZDF, 2020